So meine Freunde, hier nochmal ein Video zu Diablo 3. Und zwar habe ich mal ein Tutorial, so eine Art Tutorial gemacht, wie man zum Q-Level kommt, solange die Aktion ist von sozusagen Diablo 1 und Diablo 3. Und da habe ich was ganz wichtiges vergessen, weil ich dachte, ich komme nicht mehr zu dem Q-Level, da ich schon das gemacht habe, aber ich habe einen ganz wichtigen Punkt vergessen. Und zwar, ihr habt gesehen, was ich gemacht habe im ersten Video. Wenn nicht, dann tue ich nochmal einen Link draufsetzen in der Beschreibung. So, es war so, dass man den verrotteten Pils in Ebene 9 war's, holen musste. Den dann, da musste man in die alte Hütte von Adria oder wie die nochmal hieß gehen und den Pilz in den Kessel schmeißen. Ich kann es gerade nochmal zeigen. So, dafür müssen wir nach Alt-Tristram und in das Portal hüpfen. So, wie ihr seht. Ich nehme die ganzen Items sogar noch. Solange ich... Welches Item muss ich da drin haben? Sammelt's, aber sammelt's irgendwie nicht. Ach, genau. Ich zeige es euch gleich. Dafür müssen wir also, wenn ihr den Dungeon gemacht habt von Diablo 1, müsst ihr... Der ist dann hier 16 Ebenen. Bis zur Ebene 9 müsst ihr... Einen verrotteten Pilz holen. Das seht ihr dann eindeutig, wo das ist. So, den Pilz bringt ihr hierher. Und schmeißt ihn in den Kessel. Hatte ich jetzt hier noch einen oder was? So. Es kann jetzt auch sein, dass die das gemacht haben, dass man es einfach so machen kann. Ich bin mir nicht sicher, weil ich gerade nicht weiß, ob ich einen Pilz dabei hatte. Aber ich glaube schon. Doch, ich hatte den Pilz. Genau, den Pilz wirft ihr da rein, holt ihr dieses Elixier. Danach klickt ihr die Leichen an. Ich glaube, als erstes hättet ihr den da unten machen müssen. Zuletzt den Schmied, soweit ich weiß. Dann den da oben, dann den. Und dann den hier. Oder umgekehrt. Wenn ihr das gemacht habt, kriegt ihr ein Rezept. Für den Schmied. Dieses Rezept... Bringt ihr... Natürlich euren Schmied. Hedrick, oder wie der nochmal heißt. So. Das ist nämlich ein... Ein Rezept für... Würzbein. Das ist ein Streitkolben. Den ihr herstellen müsst, um in den Cool Level zu gelangen. Jetzt müssen wir gerade mal gucken. Streitkolben. Hier. Streitkomb, Würzbein. Den hier stellt ihr her. Kostet eine Million. Wie ihr seht, ist saftig. So, wenn ihr dies habt. Habt ihr, dann kriegt ihr auch dann neues... Wie heißt es? Design für die Waffe halt. Das müsst ihr dann direkt wieder zerstören. Und dann kriegt ihr ein Geheimnis raus. Das, was ich euch erzählt hab. Mit diesem Zettel. Zeig ich euch gleich, wo da drauf steht. Welche Reihenfolge. Ihr... Die Lernereien. Dann zeig ich euch den Zettel. Da haben wir ein bisschen mehr Ruhe. So, da steht dann drauf. Diese alte Karte hättet ihr wohl eigentlich niemals finden dürfen. Anscheinend wurde sie mit etwas gestempelt. Das aussieht wie ein Hufabdruck. Zusätzlich sind die Zahlen 2, 1, 3. Darauf zu erkennen. So, 2, 1, 3. Das ist eine Kombination, eine Reihenfolge. Die ihr gleich betätigen müsst, sozusagen. Dann gehen wir wieder da rüber. Da hinten, wie ich schon mal erwähnt habe im ersten Video. Wo ich das komplett vergessen habe. Das tut mir echt leid. So, 2, 1, 3 ist die Reihenfolge. Dann klickt ihr die Kühe an. In der Reihenfolge. Also das die 1, das die 2, das die 3. Selbstverständlich. So. Und hier ist jetzt dieser Dungeon. Verlassenes Bauernhof. Und so... ...gelangt ihr dann... ...zu dem Q-Level. Hier seht ihr die ganzen Kühe. Natürlich sind sie nicht feindselig. Ihr bekämpft hier gar nichts. Ihr könnt hier die ganzen Kühe betrachten. Hier. Schöne Kühe. So, ihr seht hier ist... ...ziemlich nichts. Außer einfach rumstehende Kühe. Ich weiß gar nicht, ob man hier umbringen kann. Eher nicht. So. Kann ich euch gerade mal zeigen. Was ihr hier finden werdet. Und zwar... ...die Überraschung kommt gleich. So. Hier. Eine Truhe. Wirts Schatz. Die öffnet ihr. Und dann bekommt ihr... ...ein Item. So eine Kuh-Statuette. Oder sowas in der Art. Den klickt ihr da mit Rechtsklick an. Und dann, wie ich schon erwähnt habe... ...kriegt ihr... ...ein... ...Pets. Einen Gefährten. Und zwar diese Kuh. So. Wie gesagt, das könnt ihr nur mit der Reihenfolge machen. Das seht ihr, wenn ihr im ersten Part mal reinschaut. Wie gesagt, ich tue in der Beschreibung einen Link reinsetzen. Die ganze Reihenfolge ist richtig. Bis auf... Ähm... Wenn ihr die Typen, die Leichen anklickt... ...bekommt ihr von der letzten Leiche... Ich glaube, die letzten Leiche war das... ...ein Rezept. Das gebt ihr dann, wie schon gesagt... ...den Hedrick, euren Schmied. Ihr stellt Würzbein her... ...und zerstört es direkt. Und dann kriegt ihr... ...diese geheimnisvolle... ...ä... ...diesen Zettel. Wo dann halt drin steht... ...welche Reihenfolge ihr die Kuh anklicken müsst. Und das geht auch nur... Wie gesagt, dieser Portal öffnet sich nur... ...oder dieser Dungeon öffnet sich nur... ...wenn... ...ähm... ...ir diesen Zettel habt. Sonst öffnet er sich nicht. Also... In der Reihenfolge alles machen... ...und dann klappt das Ganze. Wie gesagt, tut mir leid dafür, dass ich... ...das erst mal vergessen habe. Wir tüten jetzt hier noch die Zombies. Wie gesagt, ihr bekommt dann auch noch so Items wie... ...wenn ihr... ...den Dungeon macht. Wie gesagt, nur solange es... ...diesen... ...ähm... ...diese Aktion... ...da gibt... ...mit... ...dem alten Diablo 1 Setting Dungeon Filter... ...was auch immer... ...zu diesem Portal halt. Und dann kriegt ihr noch... ...wenn ihr Diablo besiegt sozusagen... ...kriegt ihr noch... ...hier wie ihr seht... ...ein... ...roter Seelensplitter... ...das ist ein... ...Edelstein sozusagen, das ihr in Sockelplätze reinsetzen könnt... ...und ist eigentlich gar nicht schlecht. Ihr ringt regelmäßig um die Kontrolle über euch... ...wodurch ihr... ...einen Feuering entfesselt... ...der allen Gegnern... ...die er durchschlägt... ...12.757 Waffenschaden zufügt. Das einzigste Blöde an dem Item ist... ...ähm... ...dass es nicht eine Treffer-Chance ist oder sowas... ...dass es einfach alle... ...30 Sekunden, eine Minute... ...ich weiß es nicht genau... ...es gibt auf jeden Fall einen regelmäßigen Abstand... ...wo es das entfesselt... ...und ja... ...ich würde sagen... ...damit habe ich... ...mein Tutorial sozusagen... ...vervollständigt... ...und konnte euch zeigen... ...wie das hier funktioniert... ...und ich würde sagen... ...wir sehen uns mal bei einem... ...Let's Play... ...wahrscheinlich Cryo 4 oder ähnliches... ...bis dann... ...tschau Leute!